Präsentiert von office-podcast.de, Ihr ProfiCast für Microsoft-Produkte. Finden Sie hier anhand von schlechten und guten Beispielen heraus, wie Sie der Falle entgehen können, zu viele Infos gleichzeitig zu zeigen. Ein echter Präsentationskiller ist, wenn Sie zu viele Informationen gleichzeitig zeigen. Dann ist es für das Publikum ziemlich unmöglich, alle Bälle aufzufangen, die Sie Ihnen zuwerfen. Schauen wir uns einmal ein paar solcher Beispiele an. Wie lange brauchen Sie, um diese Folie zu erfassen? Schauen Sie mal genau hin. Es dauert und dauert und dauert. Es ist einfach zu viel gleichzeitig. Und diese Folie. Ich gebe Ihnen etwas Zeit. Es ist einfach zu viel gleichzeitig. Wie lange brauchen Sie? Wie lange brauchen Sie für diese Folie? Ich denke, zwei bis drei Minuten würden nicht reichen. Oder so ein Diagramm. Und natürlich will ich Ihnen auch einige gute Beispiele zeigen. Aber das ist noch kein gutes. Auch hier haben wir mindestens 25, 30 Informationen gleichzeitig präsentiert. Eine Information ist ein Schlagwort, ein Balken, ein Kreis. Jedes Element könnten wir als eine Information bezeichnen. Und hier sehe ich 20, 30 Informationen auf jeden Fall. Jetzt kommen ein paar gute Beispiele. Und achten Sie einmal darauf, wie lange brauchen Sie, um diese Folien aufzunehmen und zu verstehen. Es geht relativ schnell, ne? Kosten für Mitarbeiter, für Gäste. Erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Erster Tag kostenlos. Dritter Tag 170 Euro. Neunter Tag 295 Euro. Es geht relativ einfach und zügig. Mental, Methodik, Kommunikation. Eins, zwei, drei. Was wollen Sie erreichen? Mehr verkaufen? Bessere Mitarbeiter finden? Prozesse optimieren? Kosten sparen? Es ist schnell gelesen, schnell verarbeitet, schnell verstanden. Was ist also der Unterschied zwischen einer schlechten Folie mit zu vielen Informationen gleichzeitig und einer guten Folie? Den Unterschied machen kleine, mundgerechte Infohappen, die leicht verdaulich sind und wenig Aufmerksamkeitsenergie verbrauchen. Sie können ruhig viele Informationen auf die Folie tun. Es kommt darauf an, dass nicht alle Informationen gleichzeitig erscheinen, weil das den menschlichen Arbeitsspeicher überlastet. Erscheint immer eine, zwei, höchstens drei Informationen gleichzeitig, die dann mit etwas Zeit verarbeitet werden können, können dann wiederum neue Informationen auf der Folie erscheinen. Das ist kein Problem.